Gefährliche Allerganbrustimplantate. Müssen meine Implantate jetzt raus? Das ist das Thema des heutigen Videos. Schönen guten Tag, mein Name ist Sors Stergio, ich bin leitender Arzt der Abteilung für Gesichtspflicht und Plastische Chirurgie hier der Praxisklinik Urania in Zürich. Das heutige Thema ist ein sehr aktuelles Thema, nachdem die Meldungen sich zusehends auch aus Amerika, aber auch aus Frankreich zu uns rübergekommen sind, dass gewisse Implantate, unter anderem auch der Firma Allergan, die beschichtet sind, das heisst die rau sind, im Zusammenhang mit einer seltenen Tumorform der sogenannten ALCL, das heisst anaplastisches Large Cell Lymphoma, gebracht werden und vom Markt genommen wurden. Was heisst das jetzt für Patientinnen, die diese Implantate schon seit Jahren haben oder seit kürzlich? Wie soll man vorgehen? Was ist die Empfehlung? Wir haben in der Klinik das Thema natürlich auch diskutiert, die entsprechenden Empfehlungen national und international uns angeschaut und wir haben das übernommen im Sinn von, dass wenn eine Patientin keine Symptome hat, das heisst keine Beschwerden im Sinn, dass sie Flüssigkeitsansammlungen hat, dass sie Schmerzen oder Knotenbildungen hat, um das Implantatlager, dass man eigentlich keinen Grund hat, diese Implantate, auch jetzt diese Firma Allergan, das Modell Natrell zum Beispiel, prophylaktisch in dem Sinn vorbeugend rauszunehmen. Man muss wissen, dass diese ALCL-Form dieses Lymphom letztendlich kein Brustkrebs ist, sondern eine Veränderung im Bereich der Brustkapsel, der Kapsel um dieses Implantat und in der Regel, wenn so etwas vorkommt, ist durch die Entfernung der Kapsel und des Implantates das Problem eigentlich schon gelöst. Wir kommen natürlich jetzt wieder auf die Situation der verschiedenen Implantatformen, der Beschichtungen und der Lage. Dazu haben wir ja auch speziell ein anderes Video gemacht. Aber was ich ganz wichtig finde in diesem Zusammenhang, und das ist ja an unserer Klinik auch sehr, sehr wichtig, das ist die Vorabklärung und dann natürlich auch die Nachbehandlung. Also ich denke, es ist einfach wichtig, dass vor so einer Implantation letztendlich auch der Gynäkologe der Klinik mindestens einen Ultraschall durchführt und mal schaut, ob das Brustgewebe gesund ist, wenn nicht, dann allenfalls noch weitergehende Abklärungen dann veranlasst. Und dass auch nach der Implantation die Patientinnen zu einem jährlichen Recall vorbeikommen, um auch klinisch und radiologisch beim Gynäkologen die Situation zu kontrollieren. In dieser Lage, wo wir jetzt im Moment sind, haben wir seit der Meldung natürlich reagiert und entsprechend in dem Bereich die rauen Implantate grundsätzlich verlassen. Wir verwenden zusehends glatte Implantate, um diesem Problem zu begegnen. Das heisst, auch wenn das Implantat unter dem Muskel ist, verwenden wir jetzt glatte Implantate. Bevor ich euch sage, warum man überhaupt rauhe Implantate gewählt hat, möchte ich euch darauf hinweisen, wenn ihr wirklich eine professionelle Beratung im Bereich der Brustvergrösserung haben wollt, dann bitte einen Termin hier in der Sprechstunde nehmen. Die Kontaktdaten sind unten aufgeführt. Nochmal zum Thema der rauen Implantate. Es geht also grundsätzlich um die rauen Implantate, die man vorwiegend unter dem Muskel verwendet hat. Der Grund war eigentlich, dass die Patienten diese sogenannte Komplikation, die längenfristige Probleme hatten mit der Kapselfibrose. Das heisst, die Verhärtung der Brust, durch das, dass der Körper um das Implantat eine entsprechende Hülle gebildet hat. Man hat gemerkt, dass es bei den Implantaten über dem Muskel eigentlich viel mehr Kapseln gab. Dann ist man natürlich darüber gegangen, diese Implantate besser zu stabilisieren. Und die Rauheit der Oberfläche hat geholfen, weniger Kapselfibrose zu bekommen. Nun, durch das, dass man natürlich diese rauen Implantate auch unter das Muskellager gelegt hat, hat sich jetzt letztendlich über die Jahre hinweg gezeigt, dass gewisse Probleme entstehen. Also wie gesagt, heute, wenn ihr zu einem Chirurgen geht und die Diskussion habt, oder das Interesse einer Brustaugmentation, dann bitte genau nachfragen, was für ein Implantat wird verwendet, welche Oberfläche, natürlich auch welche Form, die Lage natürlich. Dann das Thema natürlich angehen, ALCL, diese spezielle Lymphomform, die sich bildet bei speziellen, beschichteten Implantaten unter dem Muskel. Und dann letztendlich auch, wenn jemand schon dieses Implantat hat, also ein Atrell zum Beispiel, der Firma Allergan, dann unbedingt in die Nachsorge gehen. Das heisst, zum Chirurgen und dann in der Klinik dann wahrscheinlich den Ultraschall auch machen, um sich abzusichern, dass das gut kommt. Und natürlich auch Sicherheit besteht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten gebt mir einen Daumen nach unten. Über Fragen und Kommentare freuen wir uns natürlich, die ihr unten anbringen könnt. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr meinen YouTube-Kanal wöchentlich abonniert und Informationen zum Thema der ästhetischen Chirurgie und ästhetischen Medizin bekommt. Aus Zürich grüßt Dr. Sterbe.